Na, soweit war ich nicht. Keine Sorge. Muss auch mal drauf vor, dass es hier... Vielleicht mal richtig weit werfen. Nee. Wollen sie jetzt werfen, oder wollen sie nicht werfen? Hol den Hund. Los! Du musst den Stock schon halten. Ach so, das stimmt ja. Danke. Gut gemacht. Und hier kriegst du einen Leckerling. Oh, scheiße. Hol's? Haben wir eine Macke?